Hallöchen Leute, hier sind wir zum nächsten 1&1. Das andere haben wir gerade bei Beaver of Channel gemacht. Tryhard AWP Game war das. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ja, nicht spoilern. Ich will nur sagen, es war der Tryhard schlicht hin. Junge, eine Stunde Match. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, hier nochmal auf Aim Map muss ich sagen. Die ist richtig geil, die Map noch von CSS. Der Commander und ich voll auf Touren, Touren. Ja, ja. Die haben wir aus dem CSS gespielt. Die AWP Map, die wir gespielt haben, war auch aus dem CSS so. Alte Zeiten. Ja, und dann müssen wir direkt loslegen. Mal gucken, ob das auch so Tryhard wird. Ja, wir können los. Auszeichnen, Auszeichnen, Aim. Das wird so 2 Minuten. Wirst du schon live? Ja, es ist live. Ich hab's nicht gehört. Es ist erstens hier. Guck mal wieder. Es ist live. Ja. Hast du Headshot kassiert? Ne. Oder weiß ich gar nicht. Es ist live. Junge. Ich glaube auf jeden Fall. Oh Gott, Alter. Holy shit, Alter. Ich bin so am Sweat, Alter. Jungs, ey. Das ist zu hart. Richtiges. Oh, ihr Scheiß. Es kämpft Taris, Alter. Aber ist er doch mit Kevlar. Er ist mit Kevlar hier, ja. Er wäre ja scheiße. Glaub ich. Oh, wie er rusht. Ey, getraged. Ey, spawn kill Taris. Ich kann gar nicht schießen. M. Ich hab Lo. Ich hab U Lo. M. Das ist egal. Das war Get Right Spray sein Großvater. Du weißt. Jetzt als Ausgleich muss ich jetzt einen One-Shot machen. Um das... Fresse. Meine Fresse, Mann. Ich verschreib mir selber eine Runde Aim-Map. Was ist das? Fünf, vier. Ist ein Witz! Holy shit, dude. Ich muss eine Maus erfinden. Ja, das ist CT-Map. Also, sorry, aber... Ey, ich möchte sagen, ich war ne Woche im Urlaub. So, sonst 10 Uhr. Ihr wisst. Kappa. So true. Ey, so... Aber gut, ich muss auch dazu sagen, Alter, ich war da... Über die Klicks, so... Ey, ich schieße auf den Blutfleck, oder? Hau rein. Oh, du hast grad gesehen, wie du bist, Alter. Ach so, jetzt der Blutfleck. Ey, andere Seite. Bruder, ich seh ihn manchmal nicht. Junge, ich kann nix machen! Ja, okay, aber das war halt echt... Boah, acker. Eben halt auch nicht grad so strong, ne? Ich mach halt... Du älter Legenden. Du älter Legenden. Okay, langsam. Äh, wird's eng. Man merkt, wie der Commander immer ruhiger wird. Ja, er sweatet rein. Heiß, Alter. Komm weg jetzt, Alter. Oh, Mann! Ooooooohhh, Mann! Es ist so lächerlich! Heeeeee! Ey, ja, ja, da muss das Rematch kommen, Alter. Das war aber auch ein nettes Match, Alter. Match, Match. Jungen, hau rein, Alter. Jungs, das war's, ey. Aber das war ungefähr, also gut, ich will jetzt nicht spoilern, aber ähnlich wie eben gerade das davor, ne? Ähnlich, ja. Von der Pointage. Also, ja, macht's gut, ey. Ich freu mich über eine Bewertung und, äh, ah ja, ich seh's schon in den Comments. Commander, nimm deinen Hut. Haha. Commander, wie kann ich mal ein bisschen boi? Oh boi. Also, haut da rein, tschau tschau. Macht's gut, tschau. Tschau. Hab ich secrest auf jetzt sein, die H Frauen gemacht zusammen ich habe oder ... Vielen Dank.